Musik 23 26 26. Okay, also es sollte gleich anlaufen. Ja, die teilen sich auf. Ja, hier geht ein bisschen was hin. Da geht ein bisschen was hin. Okay. Ja. Gut. Gut. Bin wir mal gespannt. Bin ich mal gespannt. Ob hier gleich mal was ankommt. Hoffentlich. Ja, jetzt geht's los. Okay, die erste... Ja, es läuft. Sehr gut. Kriegt ihr was? Ja, ihr habt Kohle. Ihr habt Kies. Kies haben wir natürlich noch nicht. Okay. Der erste Anlauf läuft. Sehr gut. Es läuft. Gut. Geht da hin. Wird hier reingepumpt. So. Gut. Haben wir. Alter Falter. So. Das heißt, die werden jetzt auch langsam entladen. So ein bisschen zumindest. Die anderen warten jetzt natürlich. Gut. Jetzt warte ich mal auf den Tag. Dann bauen wir da hinten um. Und dann kümmern wir uns hier um den Rest. Ich glaube, das hier ist ein Neverending Project. Ohne diese Atomgeschichte hier. Also das ist Wahnsinn. Also das ist echt eine Herausforderung. Muss man ehrlich sagen. Das ist eine Herausforderung. Okay. 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 Aber es funktioniert. So. Hier wird fleißig produziert. Hier wird fleißig reingepumpt. Das ist gut. Hat natürlich auch noch keinen Anschluss für die Straße. Und dann müssen wir uns eigentlich auch mal schnell drum kümmern. Finde den Fehler. Schnell drum kümmern. Ich muss die höher setzen. Ja. Die war schon nicht ohne. Muss man ehrlich sagen. Die war schon nicht ohne. Aber man muss ja auch mal sowas machen. Ich bin mächtig gespannt, wie weit wir im 24er kommen. Was wir da reißen. Wenn ich schaffe den da mit drauf. Warte mal. Jetzt machen wir mal. Moment. Wenn wir gerade dabei sind. Das hier soll ja nicht. Wir werden wahrscheinlich die Chemikalien einzeln verteilen. Per LKW. Das ist am schlauesten. So. Was ich mit denen hier mache, weiß ich noch nicht genau. Das sehen wir später. Das ist jetzt nur, damit wir hier vorbeikommen. Kann ich den noch so setzen? Ja. Es geht auch so. Nieht das halbwegs gut aus. Jetzt noch die Straße dann langziehen. Irgendwie hier durchkommen. Wurschtel. Sagte, irgendwie da durchkommen. Alter. Es ist eher so eng. Und alles kommt auf die Mitte. Bei meiner werden wir maximal bis Stahl kommen. Wieso bis Stahl nur? Meine, wenn ich jetzt nicht auf Schönbau gehe, kommen wir da schneller voran. So ist nicht. Aber wenn dann, wollen wir es ja auch hübsch haben, oder? Also. Würde ich ja fast mal so behaupten. So, okay. Das haben wir auch. Das ist erstmal zweitrangig. Also, was braucht jetzt hier Chemie? Die brauchen nix. Die brauchen Chemie. Die brauchen Chemie. Der braucht kein Chemie. Aber dann hinterher die Umwandlung wieder. Weil es so aufbaut ist, dass man extreme Schwierigkeitsgrad eingebaut hat. Ich hab mir die Ressourcen. Ja gut. Ja. Du hast. Äh. Viel, viel Gebirge. Das hab ich gesehen. Aber eigentlich ist machbar. Eigentlich ist machbar. Theoretisch. So. Ähm. Warte mal kurz. Also. Wir haben das. Jetzt machen wir es mal richtig. Jetzt muss ich mal gucken. Äh. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Wegen einem Warenhaus. Damit wir hier die Chemikalien rauskriegen. Später. Und damit wir die abtransportieren können. Ähm. Ach. Schau an. Ich hab grad was gefunden. Ich hab grad die kleine Variante gefunden. Bei Ladestation. Ich sag dazu jetzt nix, ne? Ich sag dazu jetzt mal nix. Ich sag dazu jetzt mal nix. Ich will ja nicht motzen und so, ne? Aber. Ähm. Ich hab da grad sowas gefunden. Ich glaub ich werd das hier nochmal abreißen dann. Das ist kein Problem hier abzureißen. Äh. Das kriegen wir dann locker flockig hin. Sobald die hier weg sind. Ähm. Aber egal. Wir wollten erstmal nochmal schnell ein Lager bauen. Damit das. Äh. Damit ich die Chemiegeschichte hier mal an den Start bringen kann. Äh. Da müssen wir aber echt mal gucken. Ein kleineres Lager. Ja. Ähm. Ja. Auf einer Seite schon. Auf der anderen Seite aber hast du auch. Das liegt ja an den Mods unter Plattformstationen. Auch solche Anlegestellen und so weiter. Das ist ja das Problem. Es ist nicht immer da, wo man es auf Anhieb vermutet. Also manchmal ist es, ne? Läuft es unter was anderem. Das ist ja das Doofe. Aber sei auf jeden Fall herzlich willkommen. So. Was wollte ich jetzt machen? Ich wollte ein Lager bauen. Immer noch. Ähm. Passendes. Möglichst nicht zu groß. Ohne Schiene wäre schön. 66 Tonnen. 66 Tonnen. Das ist mir zu wenig. Hm. Es ist mir auf der einen Seite ein bisschen zu wenig. 450 Tonnen. Das ist schon eher was. Aber es ist wieder so groß. Guck dir mal an, ey. Ähm. Ich vermute, dass die Modder bei der Tagvergabe sich, Techvergabe sich nicht große Gedanken machen und irgendwas anklicken. Kann schon sein, ja. Aber wie gesagt, manchmal ist es halt ein bisschen, äh, hier das, äh. Manchmal ist es halt ein bisschen, ne? Man denkt, es ist unter Lager, dann ist es aber doch irgendwie unter Anlegestelle. Und was weiß ich nicht was, ne? Manchmal ist es echt ein bisschen verwirrend. Na, was ist los, Brauna? Komm hier. Komm hier. Dich. Na, leg dich hin. Na, lieb, Digga. Ähm. 82 Tonnen. Das ist mir zu wenig. 180. 45, 75, 78. Medium Waterfront. Guck mal, jetzt hast du zum Beispiel hier unter Lager auch hier so eine Anlegestelle für, äh, für, ähm, Schiffe. So, wie ich die Sache sehe. Das passt ja auch nicht so an, äh, quasi. Lagerhalle, das sieht doch gut aus. Hier 240 Tonnen, das ist doch okay. Wenn wir das jetzt irgendwie noch hier rangewurschtet bekommen, dann mit der Straße so ran und dann rumfahren würden. Ja, das machen wir. So. Weil die eine Lagermöglichkeit hat, alles soweit richtig. Naja, guck mal, warte mal, wo waren das jetzt, äh, für mich sieht das aber eher, ehrlich, aus wie, äh, Anlegestelle für Schiff. Ne, das wäre für mich dann eher so, äh, äh, Ladestation oder sowas. Und nicht unter Lager. Aber, wie gesagt, ne, es ist, wie es ist. Das sieht besser aus hier, oder? Das ist vielleicht wieder zu groß. Wie gesagt, da kann man, da scheiden sich jetzt die Geister, also, äh, es ist, wie es ist. Ich nehm's, wie es ist. Äh, warte mal, den nehmen wir den. Andersrum, so ran. Können den auch so packen, das ist eigentlich auch okay. Dann können wir die Straße dran vorbeiführen, dann passt das. Das ist okay, dann führen wir die Straße dran vorbei, hier unten lang, ran, und dann ist es okay. Und von da aus gehen wir dann ab. Richtung, äh, hier oben hin, mit den Verteilern. So machen wir das. Ah, zack. Passt. So, theoretisch können die dann da das schon mal, äh, reinpacken. Jetzt müssen wir mal zusehen. Jetzt würde ich ganz gerne, eigentlich, ähm, wie gesagt, die Innere sollte ja eigentlich Transport sein. Vielleicht machen wir die. Warte mal kurz. Ne Tram wollte ich bauen. Ähm, zu viel, zu viel. Bahnsteig. Warte mal, wir haben, wie viel brauchen die denn? Pro Schicht, wie viel braucht der denn? 15, 15 mal 4. 60, ähm, 60 Leute. Da reicht eigentlich so ein kleiner Bahnsteig aus. Und dann da rüber, ob die von da aus rankommen. Oder, warte mal, wenn wir den da hinpacken. Das ist ein bisschen näher. Warte mal ganz kurz. Wir machen es anders. Ähm. Das nochmal weg. Und dann versuche ich mal. Ja, das war klar. Das ist irgendwie, hm. Ach, komm schon. Der eine geht, der andere nicht. Das ist schlecht. Shit. Ach. Ärgerlich. Okay, so. Würde das gehen. Genau. Machen wir es so. Dann nehmen wir das hier nochmal weg. Die Trabben muss ja nur bis hierhin fahren. Das macht ja nix. Die kann ja... Wir benutzen das Gleis mit, ja. Und werden die hier irgendwie hinfahren lassen. Genau. Oder wir lassen die unterirdisch. Obwohl, die unterirdisch kann ich nicht machen. Weil ich zu tief hier das Land abgesenkt habe. Schlecht. Ärgerlich und schlecht. Egal. Okay, also. Bauen wir jetzt unseren, äh... Dingsbums. Bahnsteig. Dann nehme ich... 160er. 160er. Der ist zu groß. 120er. So wäre gut. Aber ich befürchte fast, das passt wieder mit den Schienen nicht. Ach, Mann, ey. Ja, so wäre der... So wäre der... Ähm... Schienen... Radius. Scheiße. Entschuldigung. Aber ab und zu muss das auch mal sein. Hardcore. Echt hardcore. Hardcore. Hörrle. Zu scharfe Kurve. Ach komm, jetzt hör doch auf zu spinnen hier. Mal ganz ehrlich, das kann doch nicht wahr sein. So ein paar Millimeter hier, oder was? Zu scharfe Kurve. Irre. Echt irre. Reißen wir es doch ab. Wir haben ja genug Kohle. Kohle ist ja das kleinste Problem, was wir haben. Wirklich das kleinste Problem. Na komm. Oh, neuer Versuch. Na also, passt doch. Ja, mach ja grad. Hab ich ja. Grad so ein bisschen eingedreht. Jetzt geht's. Ähm. Jetzt. Obwohl, jetzt wird es zu nah sein. Die werden ein bisschen länger sein, die Trams. Jetzt bete ich, dass wir hier vernünftig eine Weiche hinbekommen. Was wir natürlich nicht tun. War ja klar, dass das nicht geht. Ach, das ist doch schon wieder... Leck mich doch am Fuß. Ganz ehrlich, ey. Kurve ist zu hart. Ne, äh, Verzögerung. Stream-Verzögerung. Ist ja normal. Kann ich ja fast schon einen Zug hier hinfahren lassen. So, dann gibt es hier hinten... Ne, warte mal. Hier haben wir nicht. Hier haben wir. Hm. Schon eine Riesenweiche. Das ist schon nicht ohne. Ich hoffe, dass das so funktioniert. Aber die hier sind eigentlich egal. Erstmal, die spielen gar keine Rolle. Aber das hier ist wichtig. Wenn nicht, müssen wir nochmal eingreifen. Ohne Momento. So. Ohne Momento. Ohne Momento. Jetzt, ähm... Müsste ich ja irgendwie erst mal Züge draufkriegen. Ah, das werden wir dann nochmal abreißen und mal einen anderen hinsetzen. Ähm. Auch eine Weiche. Ähm, hier ist eine Weiche. So, auf der Strecke. Und hier ist eine Weiche. Ich kann da keine hinsetzen. Das ist ein Problem. Also, ne, in der Kreuzweiche. Deswegen muss ich die so weit zu vorne, so weit, äh, da hinten hinpacken. Gefällt mir auch nicht richtig. Aber ich komm nicht anders ran hier. Das ist das Problem. Oder? Ne, ne, alles da. Hier, also hier, die, die Weiche zählt für das hier. Und die hier hinten, ne, ist für das hier. Für die Züge, die hier eigentlich hier oben hinfahren sollen. Zum Kraftwerk dann. Ähm. Du warst zumindest gedacht, dass sie zum Kraftwerk gehen. Da hinten wäre das. Ähm. So. Jetzt müsste es gehen. Ja. Gerade so. Ja, es ist schwierig, ne? 379,50. Juhu. Halbe Stunde noch, Lukas. So, und hiermit ist der Stream beendet. Nein. Nein, Lukas, nein. Wir machen jetzt deine, die 380 Stunden machen wir die jetzt noch voll. Das wäre fies, ey. Sowas wäre echt fies. Das mache ich nicht sowas. Vor allen Dingen, Lukas kann sich ja am 2.10. Die hinten ja auch so richtig schön rächen, ne? Also, ich muss ein bisschen auf Kuschelkurs sein. Kommitier Herausforderung. Zu 75% abgeschlossen. Dankeschön. Lukas, für deine Punkte. 76,5. 76,5. Also noch 25%. Dann gibt es einen Spielewunsch, was ich spielen muss. Was ihr dann entscheiden könnt. Die einzige Voraussetzung ist dann halt nur, dass ich dieses Spiel besitze. Ja, ihr könnt euch dann wünschen, was wir einen Stream lang spielen sollen. Egal was. Und wenn es Barbie wäre oder sowas. Was ich aber nicht habe, Gott sei Dank. Äh, so, ähm. Jetzt mal kurz Konzentration. So ein bisschen zumindest. Ähm. Hallo, Tom. Dir auch einen schönen guten Abend. Auch dir, Abyss Games. Danke für deine Punkte. Sehr, sehr freundlich. Ähm. Ich habe das natürlich so gut eingebaut hier. Ähm. Ich habe das wirklich so gut hier eingebaut. Da rauf zu kommen, da rauf zu kommen. Dann müsste ich zweimal kreuzen. Das wäre schon hart. Wir probieren. Also ich will versuchen jetzt hier hin zu setzen und versuchen da irgendwie rauf zu kommen. Weil anders würde es wohl irgendwie nicht gehen. Weil Platz ist ja hier gerade echt Mangelware. Ähm. Zugdepot. Also ich will, 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 ich Gebt ihr alle Punkte, ihr feiert auf den Gamer. Ja, ist klar. Das ist echt scheiße, ganz ehrlich. Eigentlich ein Zweigleiser-Depot. Ja, ich weiß. Ich könnte natürlich auch dieses Kleine nehmen. Ganz klar. Aber ich finde, da passt es nicht so, wenn da so ein langer Zug drin ist. Weißt du? Das ist so ein bisschen... Ja, natürlich würde es reichen. Natürlich. Kann man machen, na klar. Ich glaube, ich muss echt ein Kompromiss, apropos Kompromiss. Sehe ich gerade mal. Da fehlen nur noch ein paar Fußwege. Ich glaube, ich muss wirklich ein Kompromiss eingehen. Ist auch vor allem besser für die Gleisführung. Mal ganz kurz geschaut. Wie sieht denn das hier überhaupt aus? Okay, die kommen hier überall hin. Das passt. Das ist in Ordnung. Ja, ich... Warte mal, ich mach mal... Ich bin nur gerade am überlegen, wo wir es hinbauen. Wenn ich dieses kleine Depöchen nehme, ob wir das... Dann müsste ich da drauf. Dann würde er da hinfahren. Dann wäre er zumindest auf dem Gleis. Das wäre aber das andere. Was wir ja noch nicht brauchen. Wobei ich noch gar nicht so richtig weiß, ob wir es überhaupt jemals brauchen. Doch, ich glaube, wir fahren dann hier rum irgendwie. Und dann werden wir hier nochmal irgendwie einen Lagerhafen oder irgendwie sowas bauen. Ja gut, ich kann es ja, sag ich mal, tarnen mit Bäumen oder sowas. Das ist ja nicht das Problem. Guck mal, es passt noch nicht mehr dazwischen. Scheiße. Obwohl so ein Lockschuppen neben so einem Bahngleis, das würde ja gehen. Könnte ich natürlich auch ein langes hier hinpacken. Na, theoretisch. Obwohl, das ist echt lang, das Teil. Aber das ist zu lang schon wieder. Das ist zu heftig. Und das ist zu breit. Ja, mit Chemiezufuhr. Ja, ja. Das machen wir mit Verteiler. Wir müssen mit LKWs die Chemie auf diese beiden Gebäude dann packen. Und dann noch auf ein drittes, was da noch hinkommt. Nämlich diese Recycling. Ja, Ed und Chemie. Das ist eher Mentos mit Cola. Ja, heute keine Cola. Tom, heute... Ähm... Das hier. So. Mal gucken, wie wir das jetzt machen. Denkst du, da baust du großzügig, lässt ordentlich Platz und so und dann sowas. Ist schon hart. Okay, also ich... Wir werden es jetzt einfach hierhin basteln, daneben. Vielleicht auch das Vanillagebäude. Mal gucken, wie sieht denn das aus? Ist das lange? Ist das... oder so? Zu sich. Zum Glück. Zum Glück. Nein, der ist nicht mehr. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020